Es ist alles Domo Spaß Boy Es ist alles Domo Spaß Boy Deutsche Rapper haben wieder keinen Humor Es ist alles Domo Spaß Boy Da Bin ich jetzt drin? Spiel und Gruppe beitreten. Ja! Bin ich schon drin? Oh, nicht die, Matt. Nee, das geht nicht. Die klick drauf. Lass uns doch mal eben raus, lass uns eben mit ihm klären. What? Ja, ist doch egal! Nicht raus, raus, was jetzt? Ja, ist doch egal. Ja, ist doch egal. Ist doch Jacke wie Hose. Ich bin jetzt drin. Ich bin drin. Erstmal Angel ein paar Punkte noch gegeben, weil ich bei ihm gespawnt bin. Oh yeah, Punkte, Punkte, Punkte. Hey! Du musst mit 10% abgeben, also 2 Punkte. Äh, ja. Mach ich dann. Mach jetzt. Ich nehme auch Euros anstatt Punkte. Ich nehme auch Euros anstatt Punkte. Wir haben Einsatzziel Albert zu erobern. Warte, ihr rennt wie so aus, sie landen, ey. Das ist nicht politisch korrekt. Als wäre dieses Spiel politisch korrekt, ja. Hallo? Klar, sonst... Wir spielen Nazis. Wir spielen Nazis. Da kann nichts politisch korrekt sein. Wir haben Einsatzziel Bertha. Ne, wir sind gar nicht die Nazis. Die anderen sind die Nazis. Siehst du? Wir haben Einsatzziel... Ja, ist ja voll krass. Das ist ja richtig diskriminierend, dass ich als Deutscher meine... meine Urvorfahren erschießen muss. Ich glaub das Wort gibt es nicht. Der Urvorfahren. Oh. Alter, was eine Lüge. Wollen wir nicht Hello Kitty Adventure spielen oder so? Ah, okay. Es wird auf C gemörsert. Wer rennt denn da vorne? Loki. Alter, ich spawn mitten im Geschehen, ey. Aber ich habe zwei geholt. Danke. Ja, nixer. Meine. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich habe leider nicht so viel AP. Ich bin noch an dem Regenerieren. Irgendwie von hinten. Ah, fuck, fuck, fuck. Jep, habe ihn. Alter, einen habe ich noch erwischt. Kannst du mich wiederholen, Angel? Feind getroffen. 202. Also, ich habe keine Munition mehr, ne? Ich habe alles verballert. Hier ist ein Versorger. Der schmeißt aber natürlich kein Päckchen mal hin. Wie kann man Waffen aufheben, nochmal? Ich glaube, eher gedrückt haben. Muss einmal einer sterben von euch. Boah, der Ficker, alter. Von rechts, von rechts. Oh, ich habe Munition gekriegt. Noch einer von rechts. Ah, fuck, ich wurde erwischt. Mit einem Mörser. Da hinten Mörser hat einer. Guck mal, ob ich den kriege. Ah, fuck. Ich überlebe, dass ich bei dir spawnen kann. Nicht unter Beschuss sein. Nicht unter Beschuss sein. Ja, willst du auch gerade reden, spawnen? Genau, weg da. Jetzt, jetzt, jetzt. Spawn, spawn. Mitten im Feuer, ne? Vorsicht. Alter. Angel in der Nähe. Achtung, rechts von mir, wo ich liege. Es liegt einer auf dem Boden. Ja, hab ihn. Ja, bin wieder tot. Oh, von hinten. Da hast du die hinten. Luki, gönn dir die Punkte. Vollidiot. Hast du das gesehen mit der Granate? Ja. Ah, da rennt einer an uns vorbei. Ja, ja. Oh, er wurde ja getötetet. Oh, jetzt kommen wir hoch. Fuck. Alter. Dieser fucking Mörser fuckt mich so ab. Der Penner setzt sich immer da hinten in die Ecke. Alter, ich spawn und stirb einfach direkt. Aber ich hab die Granate gut geworfen. Nein, 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 nein. Angel. Oh, ich wurde von unserem eigenen Mann da geblockt. Ich brauch mal anderes Ding. Äh, Panzerabwehrgranate. Dynamit. Oh, was mache ich? Beitreten. Oh, die werfen uns ganz schön zurück gerade, ne? In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Dabei haben die nur zwei Punkte. Ich verstehe das gar nicht. Wir müssen mega viel Quälzer machen. Oh, Angel. Oh, Angel. Oh. Da. Die laufen gerade dran vorbei außen, ne? Die sind schon ziemlich weit. Die sind schon fast auf gleicher Höhe mit C. Ich muss nebenbei eben kurz. Ach so, nö. Oh, nö. ach man leute doch nicht dann mit euch los ist doch schrecklich also das gibt es doch nicht die laufen hier draußen vorbei wollen wir aber auch mal einfach vorlaufen mann alter er holt mich einfach mit der pump kann weg Loki mein Freund ich bin hier mit euch los ich brauch granaten will einer vielleicht mal versorger nehmen weil dann könnte ich hier die einfach die ganze zeit nur mit granaten zu werfen das klappt nicht mehr so auf ladegegenstände als versorger kriegst du dann auch nur sekunden schneller die granaten zurück ja aber dann hat man immerhin welche weil hier so viele eher auf einem fleck sind dann kann sich das ja schon trotzdem lohnen wir haben einsatz ziel bertha verloren oh erwischt der hat sich genau auf die granate gelegt oh fuck 12 hp und tot ah dieser Hurensohn Mörser alter ja ich versuche den mal zu erwischen wo ist der wo ist der wir haben einsatz ziel bertha erobert ich bin kurz bei B weil B genommen ist oh fuck oh nein ach komm ey das ist gerade mal ein bisschen sehr knapp schnell 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 eins eins oh fuck aber Angel du bist ja auf dem Weg ich werfe der Granate auf Vorsicht rechts drin ist der Angel ja oh Bibelix mit deinem fetten Kopf hast du die Granate abgeholt hehehehe oh einer 88 getroffen ja da ist noch einer ja die sind alle unten hab sie die sind alle tot Alter ich hab 3 Sannis um mich herum ne hehehe 3 Sannis oh jetzt alle 3 alle 3 hehehe die haben gerade alle 3 gleichzeitig die Spritze in mich reingehauen so was zählt ah z z z z wir haben einsatz ziel Cäsar verloben wir haben einsatz ziel Cäsar verloben oh die Brücke ne ah die Brücke ne nein ich hatte nur noch 2 Schuss im Magazin oh so richtig dumm alter und ich stürme auf die Brücke drauf lad doch mal nach ach wie wer kann den Mörser nehmen der Versorger ne ja ich mach jetzt die gleiche Scheiße von rechts Angel schon fort und ich ach komm im Ernst 1-0 Monaco hier Munition für dich danke ja das ist gut dann kriegen wir den Zug ja sonst da wird nichts drücken aber nichts dran bringen außerdem müssen ja dann auch Leute in den Zug rein die wissen was sie tun ja ok das ist was anderes nice alter ich habe mit dem Mörser einen erwischt Nörg Angel gelieb mich nice weg 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 zwei Stück Kongo Ich hab den Mörser weggehauen. Vorsicht der Angel vor dir, vor dir. Ja, ich weiß. Den meinte ich. Wir verlieren B. Ja, dann das kurz zu B. Sind wahrscheinlich wieder drin. Ja. Feind ist links. Hat jemand Munition beschnitten? Wir verlieren Einsatzzieher. Zurück zu 10. Wir haben Einsatzziel Cäsar verlobt. Wir haben Einsatzziel Cäsar verlobt. er ist nach hinten gelaufen BAM alter BAM geil der Mörser geht voll ab jetzt munition und ich werde mit ranache hier munition bleh bleh sorry hallo hier munition Kanafes raus holen zu smirr bröt loki beschützt mich böser junge kaum bist du in meiner nähe schon sterb ich da ist ein schema zu erkennen das ist einer nur aber ich sehe nicht der ist oben auf dem 2 sitzt jetzt noch immer da gerade rasiert hat ich habe freigelassen voll reingelaufen in den schuss die kommen wieder zu da kommt einer hoch aber das alles voll da unten einfach granate rein ist einfach granate rein das erwischt immer die richtigen oder zug ist da perfekt vier stück jetzt fünf stück ich kann nicht keine sitzplätze mehr frei der panzerzug ist eingetroffen wir sind auch total geil drauf sind gleich in den panzer zu kommen ich finde das total scheiße hallo zwei meter von mir stehen sani und er macht nichts oh ja ficken alter also die schmeißen auch alles rein was sie haben also der kommt einfach mit seinem scheiß feuerwehrlöscher da um die ecke feuerwehrlöscher die scheiß feuerwehrlöscher die muss gelöscht werden ey wir verlieren schon wieder ah was ist das für eine scheiße gleich wieder vorbei aber war eine schöne map mit dem mörser konnte ich ein paar holen das ging sehr gut hier ich hätte lieber gleich schon von anfang an benutzen sollen nein 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 lass mich doch durch ah fuck ich habe den mörser gar nicht haben wir es geschafft 96 96 habe ich den und der tötet mich auf und mitmachen aggretsionen attac so ich will mir jetzt einen Rockstar gehen kein bier Identifizieren die um meine reaktion ins unermessliche zu steigern 27 reanimationen die 30 hätte man aber auch voll machen können was kommt jetzt wir sehen uns wieder